Hallo zusammen, heute werdet ihr einige Wörter für die TESDAF-Prüfung lernen und in diesem Video könnt ihr auch Beispielsätze zum Thema Künstliche Intelligenz finden. Denn ich möchte euch zeigen, welche Art von Sätzen im schriftlichen Ausdruck geschrieben werden sollten. Herkese merhabalar, bugün TESDAF sınavı için birkaç kelime öğreneceksiniz ve bu videoda yapay zeka ile ilgili örnek cümleler de bulabileceksiniz. Çünkü yazılı anlatımda ne tür cümleler yazılması gerektiğini size göstermek istiyorum. An Bedeutung gewinnen An Bedeutung gewinnen An Bedeutung gewinnen Gain in Importance Önem kazanmak Künstliche Intelligenz hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, da die KI in einigen Bereichen eine bessere Erkennungsfähigkeit hat als der Mensch. Künstliche Intelligenz hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, da die KI in einigen Bereichen eine bessere Erkennungsfähigkeit hat als der Mensch. Artificial Intelligence has gained importance recently, because in some areas AI has a better recognition ability than humans. Yapay zeka son zamanlarda önem kazandı, çünkü bazı alanlarda yapay zekanın insanlardan daha iyi tanıma yeteneği var. Simulieren 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 To simulate Simuliertmek Tablet etmek Künstliche Intelligenz simuliert menschliche Intelligenz durch Maschinen. Künstliche Intelligenz simuliert menschliche Intelligenz durch Maschinen. Yapay zeka makineler aracılığı ile insan zekasını simüle eder. Die Automatisierung Die Auto-Mati-Sierung Die Automatisierung Automation Automation Manche Menschen sehen die Automatisierung als bedrohung für ihre Arbeitsplätze. Manche Menschen sehen die Automatisierung als bedrohung für ihre Arbeitsplätze. Some people see automation as a threat to their jobs. Bazı insanlar otomasyon işleri için bir tehdit olarak görüyor. Umstritten 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 Controversial Disputed Tartışmalı Ob die Automatisierung tatsächlich zu einem dauerhaften und weit verbreiteten Verlust von Arbeitsplätzen führen wird, ist umstritten. Whether Automation will in fact lead to a permanent and widespread loss of jobs is controversial. Automation Automation Gerçekten kalıcı Ve yaygın bir iş kaybına yol açıp açmayacağı tartışmalıdır. Befürchten 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 To be afraid that Bir şeyden korkmak Viele arbeitnehmer befürchten, dass ihr job künftig von robotern übernommen werden kann. Viele arbeitnehmer befürchten, dass ihr job künftig von robotern übernommen werden kann. Many employees are afraid that their jobs may be taken over by robots in the future. Birçok çalışan, işlerinin gelecekte robotlar tarafından devralınmasından korkuyor. Übernehmen Über-ne-men Übernehmen To undertake something To take over something Deslimalmak Devralmak In den nächsten Jahren werden natürlich durch Maschinen auch viele Stellen übernimmt werden. In den nächsten Jahren werden natürlich durch Maschinen auch viele Stellen übernimmt werden. In the next few years, machines will certainly take over many jobs as well. Önümüzdeki birkaç yıl içinde makineler tabii ki birçok işi de devralacak. Schaffen 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 To create To manage Yeratsmak Künstliche Intelligenz kann einige Arbeitsplätze übernehmen, aber sie kann auch neue Arbeitsplätze für Menschen schaffen. Künstliche Intelligenz kann einige Arbeitsplätze übernehmen, aber sie kann auch neue Arbeitsplätze für Menschen schaffen. Artificial Intelligence can take over some jobs, but it can also create new jobs for people. Yapay Zeka bazı işleri devralabilir ancak aynı zamanda, insanlar için yeni işler de yaratabilir. Einschätzen 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 Zum Beispiel kann Künstliche Intelligenz die Benotung automatisieren, wodurch Lehrer viel mehr Zeit haben. KI kann auch Schüler einschätzen, sich auf ihre Bedürfnisse einstellen und ihnen helfen. Zum Beispiel kann Künstliche Intelligenz die Benotung automatisieren, wodurch Lehrer viel mehr Zeit haben. KI kann auch Schüler einschätzen, sich auf ihre Bedürfnisse einstellen und ihnen helfen. For example, Artificial Intelligence can automate grading, giving teachers much more time. AI can also assess students, adapt to their needs and help them. Örneğin, Yapay Zeka not vermeyi otomatikleştirerek öğretmenlere çok daha fazla zaman kazandırabilir. Yapay Zeka ayrıca öğrencileri değerlendirebilir, ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir ve onlara yardımcı olabilir. Ansehen An-si-hin Ansehen To look at Bir şey'e ya da birine bakmak Incelemek Wenn man sich die Geschichte der technologischen Revolutionen ansieht, erkennt man, dass jede technologische Revolution Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen hat. When looking at the history of technological revolutions, it's recognized that each technological revolution has created millions of new jobs. Teknolojik devrimlerin tarihine bakıldığında, her teknolojik devrimin milyonlarca yeni iş alanı yarattığı görülmektedir. Vermeiden 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 To prevent To avoid Kaçınmak Sakınmak Bei sich wiederholenden Aufgaben können Roboter eingesetzt werden, um Aufgaben zu vermeiden, um Aufgaben zu vermeiden, die für Menschen langweilig sind. Bei sich wiederholenden Aufgaben können Roboter eingesetzt werden, um Aufgaben zu vermeiden, die für Menschen langweilig sind. Roboter can be used for repetitive tasks to avoid tasks that are boring for humans. İnsanlar için sıkıcı olan görevlerden kaçınmak için, tekrarlayan görevlerde robotlar kullanılabilir. Verlangen 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 To require Arzuetmek Gerçekten Verlangen 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 Untertitelung des ZDF, 2020